Ich hatte die Ehre, Triathlon-Profi Jan Stratmann zu interviewen. Jan ist seit 2011 im Triathlon unterwegs und seit 2019 Triathlon-Profi. Er stand schon bei vielen Ironman-70-Dreierinnen auf dem Podium und konnte bei den letzten Weltmeisterschaften ganz knapp an die Top 10 kommen. Nach einer kurzen Schnellfragerunde wollte ich von ihm wissen, wie er sich motiviert, ob er sich selbst für talentiert hält, wie er mit Rückschlägen umgeht und was seine Ziele für die nächsten Saisons sind. Ich möchte hier aber auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um über meinen Partner Online-Trainer-Lizenz zu sprechen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich meine Fitness-Trainer-B-Lizenz bei OTL gemacht und bin jetzt auch noch gerade dabei, meine A-Lizenz zu machen. Wenn ihr das letzte Video geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass ich mich leider verletzt habe am Sprung gelenkt. Dazu kurz ein Update. Es sind fast alle Bänder im Fuß durchgerissen, innen und außen und ich habe auch noch einen Knorpelschaden. Jetzt bleibt die Frage, ob es operiert werden muss. Das erklärt sich nächste Woche. Zurück aber zu OTL. Durch das Wissen, was ich in der Fitness-Trainer-B-Lizenz erlangt habe, konnte ich viel besser verstehen, was denn wirklich genau kaputt ist in meinem Fuß und war nicht komplett aufgeschmissen, als der Arzt mir das dann erklärt hat. Außerdem habe ich das Gefühl, mit dem Wissen bin ich jetzt ganz gut gewappnet für ein schnelles Comeback. Dieses Wissen, was ihr in so einer Trainer-Lizenz also erlangt, ist also nicht nur interessant für so einen beruflichen Weg, wenn ihr vielleicht Fitnesstrainer oder Fitnesstrainerin werden wollt, sondern auch halt für euch selbst persönlich interessant, wenn ihr mal zum Beispiel eine Verletzung habt oder auch euer eigenes Training optimieren wollt. Wenn so eine Trainer-Lizenz für euch also interessant ist, kann ich euch OTL wirklich nur empfehlen. Ihr könnt euch da auch zum Thema Ernährung weiterbilden oder sogar Lizenzen zum Thema Yoga machen. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, wenn euch das interessiert. Da findet ihr alle weiteren Informationen zu allen verschiedenen Lizenzen, die ihr da machen könnt. Das ist wirklich ein großes Angebot und ich glaube, da sind wirklich coole Sachen dabei. In der Videobeschreibung findet ihr aber nicht nur all diese Informationen, sondern ihr könnt sogar noch ein bisschen was sparen. Also schaut unbedingt mal vorbei und ich bedanke mich bei OTL für die Unterstützung. Das war das allererste Interview, was ich jemals geführt habe. Also ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und wir labern gar nicht länger rum, sondern starten direkt rein ins Interview. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Schnellfragerunde. Kurz Antworten sind gewünscht. Lieblingsteildisziplin? Alter, hast du mich direkt. Kommt drauf an. Ich würde sagen, wir rass fahren. Im Sommer. Lieblingstrainingsanreiz? Zwei. Intervalle beim Laufen oder lange am Radauswarten. Weltmeister oder Weltrekordhalter? Weltmeister. Auch gut. Welches Rennen gewinnst du als nächstes? Gute Frage. Dann vermisse ich mal ein bisschen, welches Rennen ich als nächstes mache. Chattelisch, dann Kanarier. Okay. Bist du eher talentiert oder diszipliniert? Diszipliniert. Deutschland oder Norwegen? Deutschland. Hennep oder Hawaii? Hawaii. Alleine oder mit anderen trainieren? Allein. Okay. Rennrad oder TT? Rennrad. Morgenrad und rausfahren? Draußen. Okay, sehr gut. Top. Das war es. Das ist erstaunlich schnell, dass ich die Antworten. Obwohl, ich glaube, für Triathleten ein paar schwierige Fragen dabei. Ja, tatsächlich, weil oft oder viele fahren, sind dann ja auch situationsbedingt oder abhängig. Gerade was zum Beispiel so, was mache ich lieber auf dem TT oder Rennrad fahren zum Beispiel. Aber wenn man, dann stelle ich mir direkt vor, irgendwo in den Alpen irgendwelche Pässe runterhämmern. Und das hat einfach auf dem Rennrad mehr Spaß. Und jetzt ist es jetzt nicht so, wenn ich das jetzt hier zu Hause sehe, manchmal vielleicht auch bei TT oder genauso wie Lieblingsdisziplin. Es unterscheidet sich halt fest schon tagesabhängig. Okay, dann lass uns mit dem ersten Thema starten. Motivation. Ich finde, das ist immer ein spannendes Thema, weil für die einen ist es ein riesengroßes Thema, weil sie sich täglich irgendwie motivieren müssen. Die anderen, für die ist es gar kein Thema, weil Motivation kommt halt einfach von selbst und der Sport an sich ist die Motivation. Das ist die einfache Frage, was motiviert dich? Ich glaube, erst mal habe ich gar nicht diese ganz, ganz selten die Situation. Klar gibt es das auch, dass ich mich motivieren muss. Ich sage mal, im Winter ist es da am schwierigsten im ganzen Jahr her oder weil man extrem müde ist, sich zu motivieren, aber irgendwie ist es ja mein Job, meine Leidenschaft und ich konnte halt auch mein Hobby zum Beruf machen quasi und dadurch treten die Situationen nicht oft auf und dann ist es halt so, dass ich einen Trainingsplan habe und bin da halt auch relativ oder sehr, sehr diszipliniert. Das heißt, ich arbeite das ab und dann ist es meistens ja so, wenn du dich einmal aufgrafst, anziehst, ausgehst, dann brauchst du ein paar Minuten und dann bist du meistens drin und dann du musst halt nur in der hinteren Scheibe quasi zu überwinden, anzufangen und dann ist es quasi, dann funktioniert es auch meistens. Klar, es gibt immer wieder Tage, gerade jetzt hatte ich das im Winter auch oft, dann gehst du abends laufen, es ist durch, es regnet, es stürmt, es hat drei Grad, aber dann läufst du irgendwie bei uns hier rum und denkst, okay, alle anderen sitzen gerade beim Abendessen oder sitzen vorm Fernseher und du tust sie draußen grad weh und es wird besser und irgendwie ist es auch ein gutes Gefühl und sowas an sich, ich weiß nicht, ob das Selbstmanipulation ist, aber vielleicht so die Sachen, die Dinge einordnen und ich habe natürlich auch den Vorteil, muss ich ganz klar sagen, das wird es mir wahrscheinlich und auch im Studium hatte ich da, muss ich ehrlicherweise sagen, oft mehr Schwierigkeiten, wenn ich jetzt in einem Unitaftsauschen hatte, dann auf zwei Einheiten mitzudrücken, dann bist du ja schon müde und jetzt sind die wichtigsten Punkte an meinem Tag das Training und die Vorbe- und Nachbarbeitung dessen. Das macht es natürlich deutlich einfacher, muss man auch ganz klar sagen. Du hast erwähnt, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, was würdest du da bisher als Zwischenfazit ziehen? Ist das was Gutes oder ist das, ich meine, viele berichten glaube ich auch vom Problem, dass du dann kein Hobby mehr halt hast. Was sagst du überhaupt? Also, man muss sagen, das ist nach außen hin, glaube ich, oft irgendwie schöner und einfacher als es ist, aber ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Es ist natürlich irgendwie eine mega coole Sache, die man macht. Man bereist die Welt, man trainiert den ganzen Tag, man geht keinem geregelten Job nach, aber das Außenrum, was dann halt von nicht so viel gesehen wird, ist halt schon echt viel Arbeit teilweise. Nicht, dass man sich da nie beschweren möchte, aber es sind halt viele Aspekte, die gerade im Profi-Dasein dazukommen, die jetzt auch manchmal unangenehm sind oder lästig, sag ich mal so. Und ja, da muss man abwägen, aber alles in allem, es ist halt mega cool, macht super Spaß und ein Hobby, das würde ich sagen, eher so Essen und Kaffee, wenn man das als Hobby bezeichnen darf, aber ansonsten, ja, es ist einfach das Leben triablen und 24-7, man muss sich ja auf dessen bewusst sein und wenn man sagt, man macht das jetzt professionell, will, macht das maximale Erbausung, jede Entscheidung, die man da im Leben triffst, alles hat Auswirkungen auf deinen Sport, ob du jetzt abends nochmal nach Hause gehst, ob du das jetzt isst, ob du das machst, das alles direkte oder indirekte Auswirkungen auf deine sportliche Leistungsfähigkeit und da muss man immer versuchen, so ein bisschen die Barbe zu halten, dass man irgendwie nicht abdriftet ist. Ja, das bedeutet, du hast keine Motivationsprobleme, aber trotzdem motivieren dich eher Erfolge oder Misserfolge? Klar, aus Erfolgen zieht man irgendwie viel Kraft und Motivation, aber genauso wie aus Misserfolgen würde ich sagen, da hinterfragt man Dinge nochmal ganz anders, also ich würde das irgendwie voneinander trennen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann geht man wieder, sag ich mal, zum Drawingboard und schaut sich mit seinem Team, mit seinem Trainer an, was können wir besser machen und ich glaube, erst in einem Erfolg zieht man eher so eine innere Motivation und sonst so ein Hochgefühl und ich hab das auch immer wieder, wenn du dann für dich allein mal trainierst und dann daran denkst, an Erfolge und wie das war und gerade dieses Überschreiten der Ziellinie und so weiter, das kriegt dann dann so richtig, oder man kriegt dann fast Gänsehaut beim Training und boah, geil. Aber genauso wie ich, gestern zum Beispiel bei Cycle Cross-WM, ich hab mir auch oft die Rolle gesetzt und mir das angeguckt, da kann ich dann genauso mitfiebern, dass das dann auch externe, motivationale Aspekte, also, von anderen und es sind halt viele Dinge, die einen da in dem Sportbereich motivieren können. Thema, was auch damit mit Motivation zusammenhängt, sind Vorbilder. Hast du Vorbilder? Ich meine, als junger deutscher Triathlet gibt es da wahrscheinlich viele naheliegende Vorbilder, die man sich so nehmen könnte. Gibt es da irgendwen, irgendwas? Ja, ich hätte immer gesagt, das war, seitdem ich mit dem Sport angefangen habe, war eigentlich ich lerne vor denen nur mein Vorbild und gerade auch, als ich auf die Landessanz gegangen bin. Aber ich bin genauso von, man hat da auch so viel Respekt und ja, ich habe sie aufgeschaut zum Patrick und zum Sebi sind halt immer die drei, sag ich mal, großen deutschen Namen, die auch unseren Sport oder den Sport in Deutschland ziemlich stark vorangebracht haben. Das darf man auch nicht vergessen. Durch deren Erfolge, auch durch die davor, ist der Sport da, wo er jetzt ist in Deutschland und ich glaube, da können wir denen allen dankbar für sein und hoffen, dass sie über kurz oder lang in den Fußstapfen treten können, die natürlich ja auch schwierig zu füllen sind. Schön, Spaß. Dann, wenn Jan Frodeno anfänglich dann trollt, war er immer noch, ich glaube, bei deinem ersten 73 bist du mit ihm aus dem Wasser gekommen, korrigieren wir schon. Ja? Das ist richtig, ja. Was war das für ein Gefühl? Ja, ich war so ein bisschen starstruck oder wie man das nennt und habe dann auch direkt einen Fehler beim Wechsel gemacht, weil ich ihm nachgemacht habe, anstatt mein Ding zu machen. Aber es war schon mega cool und das hat mir extrem viel Rückenwind und Kraft gegeben und auch irgendwie Motivation. Ja. Und ja, das war eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung, auch wenn ich dann im weiteren Verlauf des Rennens doch ganz viel Zeit, wobei es ging, aber aufgeruht bekommen habe. Ich glaube, ich habe da im Ziel irgendwie sechs, sieben Minuten berücksichtigt. Es ging doch, aber ja, es war auf jeden Fall ein mega cooler Moment und dann auch mit ihm zusammen oder auch mit anderen Athleten das erste Mal auf so einem Podium, weil der Band wurden im Top 5 elatisch vervielter. Ja, das sind schon Sachen, die hängen bleiben, ganz klar. Also cool. Nächstes Thema, Talent, finde ich auch immer sehr spannend. Hast du, ich weiß, du hast glaube ich mit 16 angefangen erst, in Anflugzeichen, hast du da von Anfang an als Talent gegilt? Ich glaube, gar nicht. Ich habe lange Fußball, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus der Nähe von Essen. Ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt, ich glaube, knapp 14 Jahre und habe dann, ich glaube, ich war fast 17, als ich dann meinen Skienbein zertrümmert habe in einem Ski-Unfall und dann über die Idee habe, quasi mit Triadon angefangen habe, so durch Zufall und mein Vater hat zu den Zeiten schon den einen oder anderen Ironman gemacht. Ich dachte irgendwie, finde ich das cool und er hat dann damit auch quasi mehr durch Zufall angefangen und dann nie wieder richtig Fußball gespielt. Ja. Und am Anfang habe ich mich echt nicht leicht getan. Ich hatte Glück, dass die Landestrainerin damals, also das von Schutzwunschlussystem in Deutschland, die vielen Sportarten von der OSB und die Landestrainerin im Triathlon war bei uns in Essen und die hat sich und hat mich hinter ihre Fittiche genommen und hat mich ganz kurzam und langsam aufgebaut, hieß es aber auch. Ich kann dann auch nicht schwimmen, dass ich lange hinterher gegangen bin in den Jugendbereichen, also auch in den Norden Bereich und da war ich nie so erfolgreich. Ich kenne noch viele Jungs, die heute sehr, sehr gut sind, gerade aus der Kurzdistanz, mit denen habe ich damals angefangen und die haben mir, die waren deutlich besser und ich musste mich daran arbeiten, glaube ich, als Quereinsteiger galt und da braucht man auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Atem, um da dran zu bleiben. Hier hatte ich immer diesen Antrieb, diesen Drive, besser zu werden und da an die Besten in Deutschland erstmal in meinen Jahrgang ranzukommen und dann bei der U23 weiter nach vorne zu kommen und das ging dann Step by Step und ja, irgendwann bin ich dann halt auf die längeren Distanzen gegangen, aber wie gesagt, die Erfolge kamen mit sich irgendwie so mir zugeflogen. Ich wusste sehr, sehr hart für alles Arbeit und ich sag mal, der Riechel-Dich-Spur kam erst oder kam in 2021 auf der Mitteldistanz, wo ich dann nochmal ein Rennen gewonnen habe oder auf dem Podium stand bei größeren Rennen und das hat dann fast, ja, erst neun Jahre gedauert, muss man auch so sagen, um richtige, für mich, richtige Erfolge feiern zu können und da würde ich ja sagen, dass das Talent gar nicht im Vordergrund steht, sondern Fleiß, Disziplin, harte Arbeit und auf eine große Willensstärke da irgendwie nicht irgendwann aufzugehen, sondern an den Traum zu glauben. Genau, das war, ähm, das war der Weg, quasi. Okay, bedeutet, du würdest sagen, du bist nicht, äh, klassisch talentiert, sondern hast eher vielleicht Charaktereigenschaften, die, die dich weit gebracht haben? Ich würde es ein Stück weit schon so sagen, weil, ähm, ich bin jetzt nicht, ich hab auch nicht diesen Background einfach gehabt, deshalb weiß ich nicht, ob das vielleicht so gekommen wäre, weil viele kommen ja irgendwie aus dem, sagen, ja, wir fangen jetzt mit 16 mit Trinnen und einfach kommen aus dem, kommen aus dem Leistungsport, aus dem Schwimmsport, aus dem, aus dem Laufen, aus der Leichtathletik, irgendwoher, und ich hab Fußball gespielt, ich hab Fußball gespielt, ich hab alles so, ich war ein ganz, ich hatte eine ganz normale Kinder, die möchte es auch auf gar keinen Fall missen, ne? Also, ähm, ich bin super froh darum, äh, meine Eltern haben mir alles ermöglicht, da bin ich denen sehr dankbar für, ich hab alles ausprobieren dürfen, ich hab so, ich hab auch Judo gemacht, wir haben ganz viel Street-Hockey gespielt, ähm, mit Inline-Skates, und, äh, na, dann haben wir, also, wir konnten alles machen, ich bin Ski gefahren, ich bin Snowboard gefahren, und irgendwie hatte ich eine ganz unbeschwerte Kinder, und vielleicht ist das auch das, was mir den Atem gegeben hat, weil ich da, jetzt in Anführungsstrichen, soll jetzt nicht so hoch gegriffen sein, aber eine erfüllte Kindheit hatte, und auch nicht diesen Leistungssport eben, weil ich kenn ganz, ganz viele, über die Zeit, die mich begleitet haben auf meinem Weg, die halt in frühester Jugend damit angefahren haben, und viele sind dann halt, haben's nicht geschafft, aber hatten nicht den, den Willen in Weiß mehr, nachdem sie, ja, die Kobaltät kamen, die Schule abgeschlossen hatten, da weiterzumachen, weil sie eben schon die erfolgigen Jugendarian hatten, und, halt auch seit frühester Kindheit, nur diesen Leistungssport hatten, sind halt verschiedene Wege, ne? Äh, würdest du dann sagen, dass im Triathlon Talent, ne große Rolle spielt? Wenn du jetzt auf der Kurzdistanz bist, und, äh, zu Olympia möchtest, dann musst du einfach, glaub ich, noch, vom, von Grund auf, vielleicht noch ein bisschen mehr Talent mitbringen, gerade was das schnell laufen, schnell schwimmen geht, weil, da ist auch, wo der Renntaktik, äh, bietet dir das, oder der Rennndynamik, hast du wenig Spielraum, wenn du da irgendwie, Schwächen hast, ähm, auf den längeren Distanzen, glaub ich, kannst du mehr mit Speis, kompensieren, und harte Arbeit, und auch über die Zeit, ähm, ja, aber es ist ein, äh, natürlich, irgendwo muss man halt ein gewisses Talent oder körperliche Voraussetzungen mitbringen, auch, ich, glaub ich, dass ich gewisse Sachen mitbringe, die einen da hinbringen, weil, ähm, das schafft halt nun mal nicht jeder, und, ähm, aber trotzdem ist Trian und insgesamt ein sehr dankbarer Sport mit der richtigen Einstellung, da, bei zu kommen, auch ohne das, größte Talent. Ja, das ist eigentlich, eigentlich eine, schöne Message für, für Leute, die anfangen wollen, dass auch vielen einfach, im Kopf entschieden wird, und, äh, wenn man da fit ist, dass das, dass man weit kommen kann, trotzdem. Absolut, absolut. Okay, dann ein Thema, was, was nicht so viel Spaß macht, Verletzungen. Ähm, ich weiß, du hast auch eine gewisse Verletzungshistorie hinter dir, und, äh, Krankheitshistorie, und, äh, auch schon ein paar, paar Tiefen durchgemacht. Was hast du in diesen Zeiten für dich mitgenommen? Ich meine, das sind immer Zeiten, wo man Rückschläge erfährt, wo man jetzt, am Ende wahrscheinlich nicht sagt, geil, dass ich das erlebt hab, sondern, äh, man nimmt wahrscheinlich trotzdem ein bisschen negativ raus, aber vielleicht kann man ja trotzdem, irgendwas mitnehmen. Ja, absolut. Ich glaub, erst mal im Leistungssport, oder Hochleistungssport, gehören Verletzungen einfach dazu. Ähm, man versucht die einmal so gut es geht zu vermeiden, aber, äh, gerade bei den Trainingsbelastungen, die wir dann teilweise auch haben, ist es einfach so, dass man Fehler macht, und, äh, ja, ich hätte auch schon die ein oder andere Verletzung oder Überlastung, und, ähm, und, ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich mich sehr schwer tue, damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber ich kann mich da, ähm, auch so bei kleinen, kleinen BWchen, die man, immer im Training hat, und die wird jeder haben, da werden wenige drüber reden. Ähm, das fällt mir tatsächlich schwer, da irgendwie mit umzugehen, aber ich versuch, ich versuch uns, weil, ähm, ja, irgendwie, gerade wenn es dein Beruf ist, dann, dann kann man so eine Weltuntergangsstimmung schon mal erfahrerufen, und man muss halt irgendwie versuchen, positiv zu bleiben, und, und, ja, da auch, keine Dummheiten zu begehen. Das heißt, wenn, was weh tut, dann, sagen wir mal, beim Lauschen, tut ja alles in der Weh, dann sich dreimal überlegen, ob man jetzt noch den nächsten Lauf draufhaut, oder ob man vielleicht ein bisschen Pause macht. Ähm, aber ich glaub, ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, und, ähm, sollte, würde ich da noch den richtigen Kniff finden, wie man damit umgeht, aber, ähm, ja, es gehört dazu, und, äh, meistens ist es ja auch so, man kann sich ja auch angucken, auf die Großen des Sports, dann schaut, die allermeisten kommen gestärkte Ausverletzungen hervor, das aber noch besser ist, davor, weil die, noch ganz andere Baustellen angehen können, in Ruhe, in den Körper vielleicht auch mal Zeit gehen, zu regenerieren, auch andere Strukturen, und ich glaub, es gibt selten Athleten, und das hilft vielleicht, sich vor Augen zu führen, die, aus einer Verletzung, wenn die jetzt, es gibt natürlich auch Verletzungen, die so schwerwiegend sind, dass die, ähm, ja, irgendwie, die Leistungsfähigkeit verringern, aber ansonsten, das ist sehr, sehr viele, und das kann man sich angucken, ich meine, wenn wir jetzt auch mal ganz kurzfristig schauen, auch, Jan Fodeno hatte schon schwere Verletzte, oder eine Lucy Charles ganz, ja, letztes Jahr erst, und wie die dann wiederkommen, und quasi stärker als vorher, ähm, vielleicht hilft das so ein bisschen, da Motivation zu finden, da kann man sich ja auch orientieren, und mittlerweile, sind ja auch viele Athleten sehr offen, was das angeht, und man kann das ja auch, zum Beispiel, über YouTube oder so verfolgen, und dann, sich, vielleicht da so ein bisschen, ähm, ja, zu beruhigen, oder, äh, vielleicht hilft das ja einem. Ja, ja, das ist absolut auch, was ich selber lernen muss, dieses, ähm, es ist irgendwie eine Art von Erwachsenwerden, und sich selbst, äh, so kennenlernen, dass man sich nicht denkt, okay, es zwickt ein bisschen, aber ich pushe jetzt noch die nächsten paar Einheiten durch, weil es wird schon wieder weggehen, ich trainiere das so raus, äh, ich glaube, das ist, was man lernen muss, und irgendwann vernünftig werden muss, dass man, dass man das merkt, man, man muss sich auf meinen Körper hören, und mal Pause machen, denn das ist ja auch irgendwie eine Investition, dass man sich überlegt, okay, ich setze jetzt zwei Trainingsanheiten aus, da kann ich aber ganz normal nach diesen zwei trainieren, als wenn ich jetzt diese zwei durchziehe, und dann bin ich zweimal unter uns, ne, das ist ja eigentlich genau das, was meistens passiert. Ja, es ist ja, ich glaube, diesen Fehler macht, äh, das Gefühl jeder, aber selbst die Japaner, sonst machen die Fehler noch, wenn man ja möchte, man hat das Ziel, man hat den Trainingsplan, und, ähm, ja, dann, es ist super schwierig, wie gesagt, klar, es wäre smart, einfach zu sagen, wie du sagst, ein, zwei Tage rausnehmen, das kostet dich auch nichts, ich denke mir auch, denke ich, auch immer noch, was ist diese eine Einheit, irgendwie, sechsmal tausend, keine Ahnung, irgendwie so auf der Bahn, das ist die Einheit, die macht mich schneller, aber eigentlich tut dir was eh, und du solltest, vielleicht nicht laufen gehen, und das ist halt, ja, ich glaube aber nicht, ich weiß noch nicht, ob das irgendwann mal einfacher wird, ähm, aber, ja. Mal sehen, wir hoffen beide, also, dass es irgendwann, irgendwann auf wird. letztes, 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 größeres Thema, Ziele, ähm, kurzfristige, langfristige Ziele, bist du jemand, der sich viele Ziele steckt, oder oft darüber nachdenkt, und, ähm, sowas auch langfristig plant, also, über was für einen Zeithorizont sprechen wir, wenn du über Ziele redest? Hey, ich gebe die Ziele, ich finde das immer, ähm, schwierig, so ein bisschen zu sagen, also, ich gebe immer so Ziele an, ähm, so, ja, ich möchte Hawaii gewinnen, jetzt gerade, jetzt ist es ja eh, äh, ich möchte in dem Jahr Nizza gewinnen, in dem anderen Jahr Hawaii, aber, äh, ist natürlich mein ganz großer Traum, ich, auf Hawaii, als erster, die Ziele nie zu laufen, mit dem Ironman, und, dahin natürlich auch kurzfristige Ziele dran, aber, erst mal möchte ich irgendwie, und das hat sich auch in den letzten Jahren gewandelt, irgendwie die beste Version von mir selbst werden, also, dass ich besser werde, weil ich weiß, wenn ich das Beste aus mir raushol, und topfit an den Starten stehen, stehen habe, dass ich sehr, sehr gut werden kann, und auch, dann automatisch, äh, die Erfolge feiern, und, ähm, mit, auch wenn ich gerade, jüngste, bezahlt hat, sich irgendwie, da auch herauskristallisiert, dass wenn das Ganze dann auch Spaß macht, und man irgendwie so mit sich, und dann in seinem Umfeld zufrieden ist, dass das einem auch irgendwie total viel Kraft gibt, aber ich habe natürlich auch irgendwie so, gerade wenn ich mal für mich Einheiten mache, irgendwie auf dem Rad bin, unterwegs hier bei uns, dann so ein Taktform, dass man irgendwie, irgendwo über die Ziege in mir läuft, als Erster, und das ist, das ist natürlich schon, natürlich irgendwie, so Ziele, Träume, die man hat, und auch ganz kurzfristig, möchte ich mich halt einfach, jetzt in der, sag ich mal, Wildspitze, wie man das auch immer nennen möchte, etablieren, und, ähm, weiter, jetzt auf der Mitteldistanz rennen, äh, vorne auf dem Podium, beenden, und auch gewinnen, und gerade jetzt, zum Beispiel bei der 73 Weltmeisterschaft, ich war jetzt, einmal, glaube ich, 13.11 da, das ist nicht das nächste Ziel, auch auf jeden Fall nahe, dass ich in die Top 10 möchte, und das auch bei den PTO-Rennen, die sind ja auch, quasi besetzt, wie eine Weltmeisterschaft, und da auf einkommen, das ist ja auch nicht immer so einfach, und einfach mich weiterentwickeln, als Athlet, und, äh, genau, und, dann, dieses eine Ziel, das mag ich da nicht so sehr, immer zu definieren, sondern einfach so, der Prozess und der Weg ist schon, hört sich mal doof an, das Ziel, aber es ist es quasi, eigentlich schon so, Ich glaube, das ist eine gute Sache, sich zu sagen, das Ziel ist nicht so sehr, ähm, ein Rennen da zu gewinnen, und unter, äh, diese Platzierung zu machen, sondern vielleicht eher, ich will das Beste aus mir rausholen, weil dann bist du auch unabhängig von anderen erstmal, weil, wie dann das Rennen verläuft, da hat man dann weniger Einfluss vielleicht drauf, als, als einem lieb ist, äh, und dann eher an sich selbst zu erinnern, ist schon, schon eine gute Sache, nehme ich mal in diesem Prozess mit, ich meine, das bei euch Ziele, das hängt, äh, sehr damit zusammen, mit Saisonplanung wahrscheinlich, ähm, wie läuft das ab, und, schreibst du dir dann auch Ziele auf, oder, wie, wie, wie festigst du die? Ja, ich bespreche mit meinem Trainer halt, äh, auch mehrmals im Jahr, in, welche Rennen wir machen, wir haben natürlich, wie vor und vorhin rein, ein, zwei, äh, Hauptziele festgestellt, zum Beispiel dieses Jahr wird die 70 Streile WM in Finnland sein, als eins der ersten Hauptziele quasi, und darauf arbeiten wir dann hin, und auf dem Weg geht es halt so, quasi zwischen Ziele, und, ähm, aber quasi, bevor das alles in den Rennen kommt, haben wir auch Ziele einfach, woran arbeiten wir, oder was müssen wir jetzt auch verbessern, dann gibt es auch komplette Sachen, um das dann auch nicht nur zu trennen, sondern, sondern halt, dann wird man auch irgendwo Material, irgendwie Dynamik auf dem Fahrrad, solche Dinge, und, ähm, er gibt es extrem viele Baustellen, oder auch extrem viele Stellschrauben, in dem du, in dem man drehen kann, und, ähm, das ist auch da irgendwie Spaß, weil man hat halt diese drei Disziplinen, und hat extrem, immer extrem viel Spielraum für das, was man noch optimieren kann, und, ähm, es hört auf irgendwie nie auf, und deswegen, sind schon irgendwie so, was das Ziel des Rennens, aber auch den Weg dahin, sind ja auch noch Rennen, und auch Ziele, und, das gibt ja auch alles irgendwie so, Kraft und Struktur, und am Ende ist es halt, am Ende kommt man wieder dahin, dass man halt, als erstes, nicht immer besser werden, und so viel, dass sich rauskommen, wie es eh, weil, dann kommen, halt bei den Rennen, die man da macht, es ist fast schon eh, halbisch, wenn du machst, eher verrückt, wenn du dann über die Ziellinie trittst, und alles gegeben hast, das war auch immer, finde ich, das Wichtigste, das hatte ich auch zum Beispiel, bei der WM letztes Jahr, da nicht, im Rennen, jetzt, ob das eigenverschuldet ist, so richtig alles super, war davon hart, aber irgendwie, ich hatte gemerkt, dass ich, mir gut drauf war, und hab gesehen, wie weit es da vorne noch ist, aber ein bisschen, das ist nicht weit, und hatte so, das, die Leistungsfähigkeit, die du hast, trau ich mir zu, ja ganz, ganz vorne rein zu kommen, und das, ich war so zufrieden, einfach am Ziel, für den Moment, das, war ziemlich krass, na, dann im Nachgang, natürlich, hab ich mich über die, 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 die Sachen, wieder nicht so gelaufen sind, hätte dir so, wenn, das hat mir gedacht, komm ich wieder ab, hab ich dann schon, gehadert, so ein Stückchen weit, ein Stück weit damit, hätte das nicht passiert, vielleicht wäre es ein anderer, ist auch egal, am Ende, es hätte das ergibt, und so, aber nichtsdestotrotz, es ist halt so, es gibt einem dann, irgendwie, auf einer Ebene, so Kraft quasi, und auch Motivation, zumindest, war das bei mir, sondern, weil ich verziehen, einfach mal egal, was einfach so, auch mit meinem, Zeit lang, das passt so gut, ich fühle mich wohl, ich hatte Spaß, weil, der Körper hat funktioniert, das hat auch mal, verletzend, aber es hat funktioniert, die Problemchen, die man so hat, waren, waren, Konstmobilbau, und, genau, und dann, macht es, macht es auch Spaß, für Herrn. So, und das war es auch schon, mit dem Interview mit Jan, ich fand das Gespräch, sehr, sehr angenehm, ich konnte viel lernen, und, konnte viele interessante Themen, mit ihm besprechen, wie ich finde, diese Themen, Motivation, Talent, finde ich immer sehr interessant, vor allem von so erfolgreichen Sportlern und Sportlerinnen, wenn man da mal die Meinung dazu hört, und die eigene Einschätzung, ich habe nach dem Gespräch sogar noch ein bisschen weiter mit Jan gesprochen, und konnte auch noch ein paar persönliche Fragen zum Training stellen, die mich interessiert haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, vielleicht habt ihr auch noch Fragen an Jan, vielleicht kriege ich dann auch noch mal ein zweites Interview irgendwann mit ihm hin, dann kriegen wir noch mal ein Update, vielleicht sind ja dann schon ein paar Ziele, die er genannt hat, in Erfüllung gegangen, also, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, gebt mir auch gerne Feedback, wie ihr das fandet, so ein Interviewformat mal, und ansonsten freue ich mich, euch im nächsten Video, nächste Woche schon wieder zu sehen, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.